Herzlich Willkommen euren Freunde zurück zu Jedi Star Wars Fallen Order. Im letzten Part haben wir die große Schwester, die neunte Schwester oder achte Schwester besiegt und jetzt sind wir hier auf Latomir und kämpfen wir uns durch und versuchen die Schwester der Nacht zu finden und vielleicht zu besiegen, wer weiß, wer weiß. Die hast uns aus irgendeinem Weg, obwohl ich ihr nichts getan habe. Mann. Sorry, Kleiner. Geh zurück, Jedi. Nein, geh nicht zurück. Oh, sieht aus wie ein Schlachtfeld hier. Boah, nice abgewertet, Alter. Oh Gott, okay. Der ist jetzt gleich lieber unterwegs. Oh mein Gott. Hallo. Schau. Den haben wir. Ah, hallo, dich haben wir. Mein Gott. Hauptsache noch im letzten Atem. Nur noch Schaden hinzufügen, ne? Typisch, typisch Monster. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Ne. Ähm. Dein Krieg. Mal gucken. Erstmal ist Echo, bevor wir da irgendwas machen. Dann. Dann ist es wahr. Das sind Opfer, um ein... ...Exempel zu statuieren. Das sind Opfer, um ein... ...Exempel zu statuieren. Das wird gleich verschieben. Ne. Okay. Dann kriege ich, bis wir da hin. Ich glaube, es sind Pflanzen. Das sind Pflanzen. Sonst... ...dein... ...mich glaube ich da gekommen, oder? Kann sein. Okay. Zack. Okay, perfekt. Weg mit euch. Was ist das denn hier alles? Keine Ahnung. Puh. Wir sind aufgeregt. Okay. Gehen wir da durch so einen Gang. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Nein, das ist eine andere Wahl. Was ist eigentlich Lost? Nein, ich habe einen Räder. Ich habe eine调ge. jetzt aber es ist der fremde hat die brücke runter gelassen ein weg am tor ja So gehen wir jetzt schon wieder nach ganz unten. Oh nice. Meditieren, super. Gute Macht, Kay. Wirklich gut. Da, 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 da. Äh, X ausruhen. Und viele Fähigkeitenpunkte. Kill kann nach dem Überkopfhieb einen weiter mächtigen Angriff ausführen, aha. Geh mal hier bisschen mehr hier und so, würde ich sagen. Ja, perfekt. Da, 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 da. Okay, von da hinten sind wir gekommen. Alter, das Gebiet ist ja so wenig. Geh mal hier ein Feld. Ich hab gar keine Ahnung. Aber es scheint mir da durch die Gebiete zu sein, oder? Okay, nee. Vielleicht ist es vielleicht kaputt machen? Nein. Okay. Alter, was ist das hier für ein großes Gebiet? Wohin muss ich denn? Mal ganz kurz auf die Karte. Wir müssen tatsächlich hier hinten hin. Okay. Das heißt, wir suchen uns wahrscheinlich hier unten. Einen anderen Weg. Da ist noch so ein Ding. Ich weiß, Cal. Aber, aber wir schaffen das. Und weg. Sehr gut gemacht, Cal. Einen anderen Weg. So. Echo. Im Schlamm. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Okay. Oh Gott. Hier haben wir nicht nur eine Spinne. Hier haben wir alles. Alles. Weg da. Ja. So. Das haben wir. Hier war noch ein Echo. Das war's. Okay. Oh, okay. Da können wir nicht hin. Jetzt läuft bei irgendwas auf der Flucht. Und die Kiste. Ecken? Ecken. Und öffnen. Du musst es einfach wissen. Stimmt's? Ja. Poncho? Da war wirklich was drin. Ja. Poncho. Mein Poncho. Der? Oh. Ich finde den sogar ganz schön hübsch. Äh. Äh. Anpassen. Och Mann ey. Poncho. Den. Was ist das hier mit dem Outfit? Achso. Das ist das hier. Komm. Das passt besser. Mittlerweile wieder. Sehr schön. Okay. Mal auf die Karte. Wir kommen eigentlich nur da oben her. Ja. Aber. Wir müssen. Hier irgendwo wohin. Ach. Komisch aber was. Muss man auch noch ein Bild machen. Ja. Das hab ich nicht vergessen. Ah. Hey Freund. Das hab ich nicht vergessen. Das ist halt wichtig. Ich hab dich weg 국민. Komm sabee. Komm zum Binnen. Komm zum Binnen. Komm zum Binnen. Aş. A城. Ich hab euch geholfen. Und das ist euer Dank. Ja. Vielen Dank. Wir lassen. Sagt immer. du hast das drauf ja sehen wir es uns an nur ein Sender, okay so, dann gehen wir hier mal was ist das denn? ne Pflanze? Blutspräuchling okay, okay, da können wir nicht weiter alles alles, äh, strange aus hier rüber, BD hier rüber okay ne man, es tut mir leid, Leute es tut mir nur wie leid ich muss jetzt hier erstmal herausfinden wo ich hier weiterkomme da haben wir irgendwas übersehen okay, das heißt, wir laufen nochmal hier im Kreis und laufen nach da hinten ah, hier oh, danke, Spiel, dass du mir das angezeigt hast hm 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 so sind wir schon mal weiter oben weg mit dir ja, ich weiß, der Wild geht nur da, aber das ist noch nicht so leicht hier da unten ist auf jeden Fall wieder eine Kiste die schnapp ich mir ja, mir auch ja, freut mich ja, freut mich auch ja, ist das schön, na mach nur Kontrolle 2, okay da können wir was machen ah aber wieso warte, wir kleitern erstmal hier da ist ein Echo wo ich mich mal die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter ihre Magie war stark ja, ja, wir müssen da hin nein boah das ist aber warte mach nur so aua so so nice das hat geklappt das hat geklappt oh Gott okay, ich mach's nicht nochmal okay ich hab grad keine Ahnung okay, wir bleiben hier okay, wir bleiben hier LEL perfektes Bild perfektes Bild perfektes Bild oder, warte vielleicht so das Ding sieht nach Ärger aus ja, sieht's auch ja, sieht's auch hört auf ihn vor der Fremde ja wie Fremde hä ich dachte, ihr kennt mich eigentlich die Jedi also eigentlich die Fremde aber eigentlich vielleicht schon die Jedi die Jedi ich hatte keine Jedi ausgebildet ich hatte keine Jedi ausgebildet du kannst nicht gewinnen Fremde wir müssen ihn aufhalten jetzt kein Jedi, ja Brüder, helft mir weg mit dir weg mit dir hallo, ich bin so gut weg gerannt weg mit dir nein, nicht unter den Fall super so so also nach links hier eigentlich haben wir nicht eigentlich aber Bidi sagt mir hier nicht was gefunden wir haben keinen Jedi ausgebildet haben wir nicht ich glaube nicht, ne, ne, das ist nicht der Weg das ist nicht der Weg da unten kommen wir auch nicht aus vielleicht ok jetzt sind wir ja schon wieder hier ok das heißt wir sind auf dem Weg also ich denke sicher bin ich mir hier aber auch nicht wenn ich jetzt hier rübergehe sind wir da? oder sind wir von dir gekommen? ne cool hier erwartet dich nur der Tod was, wieso das denn? aber ich will noch leben, Leute ich will noch leben ich will noch leben ach man wieso ist sie denn so sauer auf mich? ich verstehe das nicht ich habe ihr gar nichts getan außer fast ihre Familie ausgerottet aber das sind ja nur die Toten das heißt ich habe die Familie doch nicht gefüllt muss ich hier? ja, muss ich oh Gott ist das denn ein großes Feld das den Bosskampf? ok ich bin bereit, Leute Moment das könnte gefährlich sein das wird auch gefährlich glaube ich wie die ok ist das Darth Maul? äh der Bruder? ne, ne das Darth Maul oh deutlich wer ist das �룚 oh ho 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ich hab Settacloud ausgesucht, wow, wir schenden hier ne Leiche. Settacloud, ok. Ich hab wieder was Neues hier bekommen. Boah, das war ein Kampf, Leute, das war echt ein harter Kampf. Also Speisebund wäre tatsächlich angebracht für den harten Kampf, aber den hätte ich niemanden, Experte oder so, geschafft. Ich weiß gar nicht, wie das hier hieß. Der auserwählte Modus oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie da solche komischen, dünnen Gänge sind, ey. Und es hegnet hier die ganze Zeit. Und mein Rücken tut langsam weh. Boah. Ah, sind wir gleich da, oder was? Ja. Ah, da hinten kann man speichern, sehr schön. Was? Ja. 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 Oh Mann. Okay, haben wir. Perfekt. Gleich nach oben, dann geht es schneller. Perfekt. Boah. Boah. Ähm, ausruhen. Erstmal Fähigkeiten haben, natürlich. Das haben wir hier hinten noch. Ja, hier, letztliches Leben ist nice. Und ausruhen. Und ausruhen. Da, 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 da. Ach, ich will mich wieder hinlegen, Leute. Ja, gut, Leute. Ich würde trotzdem sagen, das war's für den Part. Jetzt ist er zwar relativ kurz, aber im letzten Part hatten wir 36 Minuten oder ähnliches. Deshalb ist das schon in Ordnung. Und wir können, glaube ich, hier unten die, wenn wir das hier aufmachen als Abkürzung. Ne. Okay. Dann nicht. Ja, gut, Leute. Das war's. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es war ein harter Kampf. Anstrengender Kampf auch. Und wir sehen uns dann, ja, die Tage wieder, ne? Bis dann. Euer Moritz. Tschüss. Bis dann. Tschüss. ARTHAT